Festgegeben, ein Sprechstück. Bevor wir gegangen sind, kamen wir noch einmal an, uns hinzusetzen. Knie angewinkelt, Hintern tiefer als Knie, auf einem Absatz ein- und ausatmen. Zur Beruhigung pusten, packen wir es an, ich bin guter Stimmung. Das kann, das wird jetzt, wir jetzt, nicht traurig werden, einfach was sagen. Wir entschuldigen uns für den erneuten Tonausfall.